Ja Bilder wollen wir gerade hin da können wir vielleicht in der Sache äh interessante Sachen klauen hab ich gehört ein Job für Walzer das wird lange dauern außer mich das schnell besiegt also solange es ja das baut sich jetzt auf wer weiß wie weit das gehen kann finde ich aber interessant zu sehen ich kann mich auch heilen ah ne kann ich nicht weil ich jetzt in diesem Teilwärtskreis verworren bin mal sehen wann der Punkt kommt wenn ich das überhole also falls es einen Punkt überhaupt gibt oder sieht gerade nicht ganz danach aus aber der David wird jetzt schon höher komm eine Runde alter eine Runde ja der Treffer bitte verfehle ah ok ja ich weiß nicht warum ich jetzt die Möglichkeit habe mich zu heilen vielleicht ist Walzer durchgelaufen oder sowas da hauen wir jetzt einfach nochmal drauf und zwar mit ne mit Hacker wird es jetzt hätte ich das Pokémon wechseln aber ich bin da zu faul oh wieso habe ich nicht direkt Emulator ich mag dich gern super tragisch mag ich auch gern wenn ich über die Möglichkeit hätte ich hätte mir den normalen Tag nehmen können verdammt das habe ich gekauft haben wir welche gekauft Emulator kein Bock mehr ich weiß dass ich gerade da war ich schon mal nein ok sinnlos hey Vokano mein guter Freund es wird ist ha mehr viel Erfahrung für Vokano Wain der heißt Wain solange sich Duain ist wieder einmal sprechen wird wieder einmal haben wir den Emulator zurückzulaufen und wieder einmal ist es euch egal dass wir es machen weil wir so schnell sind so unheimlich schnell dass es keinem auffällt dass wir überhaupt weg waren hier war glaube ich mal ein Schild oder sowas dass wir weg waren erkennt ihr den KST Beat aus dem Poker Center so wie wenig nichts ernstes so so wie als lustig nicht zum nachher lustig sondern nur im Sinne von aha lustig ne nicht mehr ja dann gespeichert wir rufen nochmal hallo I gave my grandfather Smosh I wonder if he's looking after it I wonder if he's looking after it sollte er sein denn Pokemon die man verschenkt sollten ganz besonders umsorgt werden weil ich nur deine Nähe verdiene aber soviel dazu ja jetzt rede wenn du hm ja hast du mir jetzt gefroren ich will nicht gefroren sein stört doch wenigstens komm 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 lalalala ok Fukano denn Feuer ist ja wie bekanntlich stark gegen Eis natürlich hat er sich ja aber er ist kaputt und da bin ich mir not haben wie ich ihr würde ich gerne betone kriegen wir jetzt so ein bisschen Tempo weil ich es irgendwie ein bisschen leid bin das alles zu machen bin er eben verloren ist ja auch egal auf auf die neuen und weiter in den nächsten Kampf gegen die Heike die I have a thing for you uniform aha die macht das andere weil die Rockenmember sind da finde ich über die neuen Grafik nur wirklich schöner obwohl die alten der Misti wir machen einfach äh Instant Byte 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 nein nein Ah was auf hier treffe ich nie Byte ja und somit wäre unser Fukano auch noch Level 16 und ich benutze den Feuerstein sobald ich ihn finde weil ich kein Bock habe bis Level 50 zu warten bis ähm Fukano irgendwas sinnvolles erlernt ich habe vergessen was es war ich glaube es was cool ist aber aber wechseln wir zu ok wir lassen das mit einem von beiden aber ich weiß nicht mit wem wenn beide raustun hat er weder zu schwach oder und ich nicht ich war echt mal lieber ups das wollte ich nicht nein naja wenn es was bringt letztendlich äh so gut ist die Säden so verlass die man hat also den Mann den sich eigentlich immer es ist Koffing Todesverlöscher also hier auch wie hieß es brauche folgen wieder sind normale posten heute schon in dieser erzeugt die lütte die lösung wird kommen 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 die gut dort auf dich die gut auf dich auch nicht was bleibt mir eine andere werden wir noch mal wir kommen zu dem feuer glück gehabt im juli nehmen wir natürlich das wasser pokémon denn wie wir wissen ist wasser besonders gut gegen gestein und wie wir auch wissen ist geodiot kein stein tief von pokémon gestein weshalb was habe so das gut gehen das zu sich gelesen haben der ganz griechen ist das ist wirklich beide rausnehmen es wird jeder woche das ist der Probe okay es kann sich wenigstens entwickeln ich glaube ich habe die Morte raus tun das geht doch eh nicht bloß nicht raus tun wir können sie weiter mit rumschleppen Navita ich mag Navita was war die falsche Ball Flug vielleicht guter Navita natürlich nicht das ist ordentlich ich will es nicht nur den das trainieren wie ist hier ich will nicht ein ding ist trainieren deshalb habe ich jetzt eingewechselt damit vokano auch noch ein teil der ip bekommt und jetzt zurück zu slowking ne es ist slowking weil es äh hier das schon klingt was lange dauert weil ich nachdenken muss und wenn ich nachdenke dann ähm dauert es länger weil ich jetzt gerade müde bin wie bereits erwähnt falls ihr mir überhaupt zuhört falls ihr das Video überhaupt guckt also falls es irgendwen gibt der das Video guckt denn hallo hallo du sag mal was machst du gerade wieso schaust du dieses Video es war jetzt keine Kritik oder so ich bin froh dass du dieses Video schaust schreib doch mal wieso du dieses Video schaust fände ich mal ganz interessant zu wissen es gab bisher übrigens zwei Unterbrechungen die ich äh ausschneiden musste so ganz für den die es interessiert für die die es interessiert eine schützt ist dick war ja wie nicht hier wieder nicht hingeguckt das Wanderer wird eh noch das Bokon aber vielleicht haben wir mal Glück schaust ich habe mir doch wenig schaffen wir eh nicht mit der vor komm so ja dann halt hier tschüss kernstein hallo level 18 und tschüss heikabob ist aber und selbst wenn